moin moin und herzlich willkommen zurück zu the forest ich habe nach der aufnahme direkt angefangen also beziehungsweise nach der gestrigen folge direkt angefangen mal zu pennen und habe auch einmal zwischendurch gespeichert deswegen ist es jetzt auch hier auf einmal so tag und nicht mehr nacht und ich würde sagen wir machen uns auch jetzt auf dem weg oben das alles wieder aufzubauen 623 stöcke fehlen da haben wir uns aber einiges vorgenommen wie viel trinken haben wir noch ihn müsste ich mal aufhängen nicht dass er mir in der tasche vergammelt dann müssten wir mal an der küste dahinten auch mal wieder ein bisschen was auf vorrat schnagulieren und müsse es zu hoch das müsse passen oder noch die stick ist hier mitnehmen oder wo habe ich frei ist auch schon mittlerweile unser heim hier aussieht Ja, komm Nein Das ist da Ja Das ist der Freezers In the name of Freezers Komm, wir machen mal andere Musik rein So, welche hatten wir noch? Komm, wir machen nur das hier mal So Dann ab nach oben Oh Ich habe das Ding hier nicht offen gehabt So Dann machen wir das hier Fertig Hier Und hier Ah, einer fehlt uns noch Ein einzelner Ein Sticky Aber egal Den können wir dann schon mal hier drauf rollern Komm, wir fangen mal lieber eher von hier hinten an Ich finde es echt scheiße Dass wir eigentlich für dieses kleine Stück Trotzdem fünf ganze Baumstämme brauchen Warum macht er nicht irgendwie Zwei oder drei draus? Weil im Grunde Sind das ja Die hier Nur Die Hälfte von Die absolute Scheiße Aber egal Die, wann steht Und dann müssen wir drüben auch noch Wieder Ein paar Bäume schlachten Nächste wird wir hier noch brauchen Also Ja Okay Ah Da haben wir es jetzt Wir bräuchten hier Auch nochmal so was In der Richtung Einmal bis Hier hin Und dann Bis Hier Und dann Hier So Dann hätten wir den auch Müssen wir das drüben auch einmal machen 638 638 Specker Wir werden echt nicht verschont Was das angeht Dann machen wir Hier Einmal Bis dahin Dann So 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 Und Dann noch Bis hierhin So 673 673 Stöcke Ja Sie ist ein Monsterprojekt Das mit den Stöcken Ich weiß nicht ob wir in diesem Leben So viele Stöcke Auftreiben können Ja Komm Jo Jetzt gewitzert es wieder Das heißt aber Es gibt gleich wieder Wasser Es gibt gleich wieder Wasser Komm Und die letzten beiden Wir wieder hoch Ich fall wieder runter Dann haben wir den hier fertig Nice Wenn ich ehrlich bin Ich will nicht wissen Wie viele Baumstämme Wie wir jetzt hier eigentlich Verbraten haben dafür Will ich Echt nicht wissen Aber auf jeden Fall ordentlich Da haben wir auf jeden Fall eine Menge Ich glaube wir sind locker schon fast bei 2000 Baumstämme insgesamt No Ja, mit dem warte ich lieber. Ich mach lieber erstmal die anderen Wände noch. Den hier zum Beispiel. Dann haben wir unten noch 7. Ne, haben wir keine 7. Wir haben da kleine 7 Baumstände. Dann würde ich sagen, in dem Fall machen wir... Komm, wir machen den hier schon mal. So, das ist der hier fertig. Dann machen wir den hier auch nochmal. Hier. Dann können wir mal mit einem eigenen Dach... Eigenes Dach, genau. Nein. Ah, jetzt funktioniert das. Nein. Ah, komm. Aber wenn ich dann den hier... Äh... Nee, ist nicht... Dann mache ich hier und dann hier. Hallo? Ah, hier. Äh... Äh... Ist nicht gerade das, was ich jetzt vorhatte? Hallo? Okay. Hier würde das näher so aussehen. Aber... Ich will den eigenen Dach... Oh, komm. Ah, warte. Ah, warte. Der muss dann da hin. Ah, warte. Der muss dann da hin. Ja, jetzt habe ich begriffen. Okay. Das mit den dreien... Nicht so... Nice. Aber okay. So soll das dann aussehen. Dann würde eigentlich im Grunde hier noch einer von dem hier gegenüber fehlen. So ein Baumstamm. So, kann ich den hier jetzt irgendwo... Sozusagen vielleicht hier. Hä? Nein. Hallo? 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 Nein. Nein? Nein? Nein. Nein? da werde ich niemals im leben dran kommt auch nur hatten jetzt eine blöde aktion aber egal so möchte ich das auf jeden fall ungefähr aussieht welche fertig bin das soll einmal drum herum sein so jetzt müssten wir aber was essen und trinken der ist leer wenn wir den leben kurz ausrüsten und da vorne wieder auffüllen aber nice die wachsen ja wieder einfach auffüllen wir gehen mal da drauf aber dann haben wir noch ein echsen film tasche wenn ich mal ausrüsten und dann wieder ablegen die ich hier mal alle haben hätten wir hier noch mal ein dann könnten wir gehen da können wir nicht egal dann haben wir das mal genauso wie die drei tragen wir auch mal eine warte kann ich die irgendwie wieder muss ich so machen und e3 machen wir dann dann sind wir ein bisschen besser getan als die uhr einwohner mal ob die idee kommen uns wieder anzugreifen dann möchte ich oben auch schon mal langsam plan wie wir das dann da hinten weitermachen hier können wir schon durch ist die passt von der größe auf nee ich will das nicht so haben ich will das so haben machen wir jeden zweiten genau so nicht so nein hallo will das machen wir das so dann machen wir ja hier so so ist perfekt und dann machen wir hier auch nochmal ein da unten ist eine schildkröte hier machen wir auch genau gegenüber und er werde dann ja hier dann brauchen wir dort auch nochmal so was na hier würde ich sagen vielleicht ab hier dann wäre ich hier auch hier optimal dann würde ich sagen hier machen wir hier und hier machen wir wird wohl passen hier möchte ich dass das einmal hier ist und dann direkt da am ende hier idiot das soll dann hier sein hier wo ist er denn wo ist er denn wo ist er denn hat keine ahnung wo dahin ist keine ahnung wo dahin ist hier 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 ich hier haben hier 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 habe ein bisschen ja so funktioniert es okay dann lassen wir das auch erstmal so keine ahnung was da los war aber lassen wir den erstmal so wie er ist hier verschwinde da auch einfach okay dabei drücke ich so ja gedrückt keine ahnung warum der weg ging effektor muss das sein dann wollen wir von dem hier gegenüber ist noch hier haben ich habe gerade schnauze voll dann gute nass wieder hungrig natürlich und durstig wir haben hier oben noch was zu trinken und dann snacken wir uns eben noch ganz schnell andere stück fleisch hier ja das letzte wir brauchen jetzt hier wissen was auf vorrat wir brauchen vorräte hallo dann würde ich sagen in der nächsten folge sammeln wir noch mal ein bisschen holz bisschen stöcke bauen das da oben so weit aus wie wir es hinkriegen hier gefällt mir nicht egal und dann ja was machen wir dann genau wie danach suchen wir noch mal die anderen beiden höhlen ab wo eventuell schwarz geworden wo noch zwei türen waren die wir noch nicht geöffnet hatten aber die 291 baumstämme und die 673 stöcke die müssen wir auf jeden fall noch fertig kriegen ich sage euch auch schon mal vielen dank dass ihr wieder mit dabei wart ich bin es euer max deus und ciao Das war's. Das war's. Das war's.